Was sind die verschiedenen Symptome des Discoid-Lupus? Discoid-Lupus erothematodes ist eine Autoimmunerkrankung, die mit dem systemischen Lupus erothematodes zusammenhängt. Obwohl es denn normalerweise mehrere Organsysteme betrifft, wirkt sich der Discoid-Lupus hauptsächlich auf die Haut aus. Die Ursachen des Discoid-Lupus sind nicht vollständig geklärt, aber da die Krankheit in der Regel in Familienauftritt, glauben Experten, dass es eine genetische Komponente gibt. Die Krankheit befällt zwei- bis dreimal so viele Frauen wie Männer, und bis zu 10% der unter Lupus Discoidus leitenden Menschen entwickeln letztendlich einen Zle. Discoid-Lupus-Symptome sind durch einen roten, schuppigen Ausschlag gekennzeichnet, der sich zu einer scheibenförmigen Wunde entwickeln kann, die sich langsam nach außen ausdehnt. Die Symptome des Discoid-Lupus treten am häufigsten in Bereichen der Haut auf, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sie können jedoch überall auftreten. Wenn die Krankheit auf Kopf und Hals beschränkt ist, spricht man von einem lokalisierten Discoid-Lupus, wenn jedoch in anderen Körperregionen Discoid-Lupus-Symptome auftreten, spricht man von einem weit verbreiteten Discoid-Lupus. Discoid-Lupus-Wunden können Narben verursachen und Läsionen, die an mit haarenbedeckten Stellen der Haut auftreten, können dauerhaften Haarausfall verursachen. Sonneneinstrahlung kann bei lichtempfindlichen Personen zu Lupus-Symptomen führen, auch an Stellen der Haut, die nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Man nimmt an, dass Zigarettenrauchen Symptome auslöst. Ärzte diagnostizieren Discoid-Lupus mit einer körperlichen Untersuchung und einer Hautbiopsie. Wenn die Biopsie einen Discoid-Lupus bestätigt, werden die Patienten häufig aufs Leer untersucht, um sicherzustellen, dass keine anderen Organsysteme betroffen sind. Wenn Patienten negativ aufs Leer testen, werden sie im Allgemeinen alle 6 bis 12 Monate erneut getestet. Personen mit Discoid-Lupus, die es leeren entwickeln, leiden normalerweise an einer relativ milden Manifestation der systemischen Erkrankung. Menschen, die früher einen Discoid-Lupus entwickeln, diejenigen, die eher an einem lokalisierten, Discoid-Lupus leiden, und diejenigen, die mehr Wunden entwickeln, entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit zle. Discoid-Lupus-Symptome werden normalerweise mit topischen Corticosteroiden behandelt. Wenn sich dies als unwirksam herausstellt, können Cortisonschüsse direkt in Wunden verabreicht werden. Calcineurin-Inhibitoren, Pimekrolimus-Creme, Tacrolimus-Salbe und Malariamittel wie Hydroxychloroquine können auch zur Behandlung von Discoid-Lupus verwendet werden, aber Ärzte versuchen im Allgemeinen, die Verschreibung von Hydroxychloroquine zu vermeiden, da dies irreversible Schäden an der Netzhaut verursachen kann. Personen, die Hydroxychloroquine einnehmen, müssen sich routinemäßig in Augen- und Blutuntersuchungen unterziehen, um die Auswirkungen der Medikation zu überwachen. Einzelpersonen können helfen, Discoid-Lupus-Symptome zu vermeiden, indem sie Sonnenschutzmittel verwenden, die sowohl vor ultraviolettem A-Licht als auch vor ultraviolettem B-Licht schützen, und indem sie Schutzkleidung und Hüte tragen.